hallo leute herzlich willkommen auf dem kanal und ich mache mich gerade auf dem weg zur polizeistation denn heute bin ich ein tag als kriminalpolizei beziehungsweise undercover wie es so dann würde ich sagen gehen wir auch direkt rein in die gute stube denn der juwelier wurde gerade ausgeraubt ich weiß nicht ob tatsächlich jemand jetzt dort an ist so ein item so dann müssen wir ganz schnell einmal unser auto holen ich nehme natürlich die klasse die fahren ja alle schon direkte zur jubel hier manieren kann so und das gleiche mache ich jetzt nämlich auch so wir haben jetzt auch auf sie auf den weg zum jubilier ich denke mal dass die gar nicht mehr beim jubilier sind aber mal gucken hier ist tatsächlich niemand mehr gut dann können wir ein bisschen so auf streife fahren warten einfach mal auf den einsatz irgendwie leute will gerade kein einsatz kommen deswegen fahren wir jetzt erst mal hier weiter fahren wir hier unter dem tunnel und stellen uns mal einmal zur bank hin und stellen da uns einfach hin und gucken mal ob da jemand ausrauben will weil jetzt habe ich erstmal nichts zu tun die polizei hat auch im moment keinen einsatz von daher kann ich mich einfach dahin stellen auf ganz entspannt ähm stelle ich mich mal nehme ich da hin so weil ich sehe schon tatsächlich dass niemand ist aber was ist da anscheinend ein einsatz ich bin dagegen was ich glaube ich komme da nicht hinterher ja doch ja doch okay das war anscheinend der ja der ist jetzt eh über alle berge ja der ist jetzt eben ja dann stellen wir uns einfach zum jubilier ja 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 Ja, auf jeden Fall ist sie gerade nix. Keine Ahnung, was die für Probleme hier haben. Warum steht eigentlich immer noch so ein grünes Auto? Egal. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt einfach mal zur Bank. Oder? Aber erst muss ich tanken, tatsächlich. Ich fahre eben tanken im Chat. Also in Hamburg ist gerade nix los. Er ist auch noch relativ früh, muss ich sagen. Ist relativ früh, also da ist halt wenig los. Na warte, ich fahre eine weiße. Der dachte gerade, ich bin ein Zivilist. Ich finde es lustig, wie die immer halt denken, dass ich ein Zivilist bin. Und wenn ich Blaulicht anmache, denken die sich auch so. Ah, ja. Äh, wo wollte ich jetzt hinfahren? Zu Bank, genau. Ah, anscheinend ist wieder ein Einsatz bei der Feuerwehr. Da fahre ich jetzt mal hinterher. Ich habe ja eh nix zu tun. Fahren wir die mal hinterher. Fahren wir die mal hinterher. Ach ey, dass jedes Mal dieser Zug ja aber auch lang fährt, ne? Okay, das ist ein Straftäter. Also noch mal. Das Beste? Echt? Vissance nach dem Weg. Ja, das ist mir zu blöd, Jünger. Scheiße. Ja, der ist weg. Meine Güte, die können ja alle nicht fahren. Entschuldigung, dass ich gerade so ruhig war. Ich fahre jetzt nochmal da durch, um zu gucken, ob die mich erkennen oder mich anhalten. Ja, der leckt sich auch hier. Lecken sich ja alle komplett durch. Tja, der Feuerwehr-Dingsbums kann auch nicht fahren, ey. So, dann fahre ich jetzt nochmal da durch. Was machen die hier eigentlich? Schick mich, was die hier machen. Was ist hier eigentlich? Warum stehen die hier alle? Stell ich mich auch mal hier hin. Die denken auch, ich bin ein Zivilist, Alter. Und die sehen auch, dass ich Blaulichter anhabe und wollen mich dann trotzdem festnehmen. Oh ja. Ich muss einmal hier durch den Tunnel mit Sirene gehen. Oh, dieser Sound, Junge. Oh, dieser Sound ist so geil, Alter. Haben die auf jeden Fall realistisch gemacht. Das muss man einfach sagen. Aber ich würde sogar schon sagen, das war's mit dem Video, Leute. Denn hier kommen keine Einsätze raus. Hamburg ist im Moment noch ziemlich ruhig. Das heißt, falls euch diese kleine, aber feine Zivilisten-Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ihr werdet natürlich noch einen weiteren Part irgendwann mal aufnehmen, wo dann vielleicht etwas mehr los ist. Aber mal gucken. Wir sehen uns in einem nächsten Videojahr. Haut rein und euer Sander. Ciao, ciao.